Was das Problem bei der Scheidung ist? Kommunikation, ja klar. Ich habe auch einen Vortrag, wie lassen sich 90% der Eheprobleme lösen und da habe ich gesagt, also Kommunikation, Rücksicht und logischer Menschenverstand. Und das haben leider viele nicht gelernt, klar und deutlich zu kommunizieren. Und ich habe das Alhamdulillah gemerkt, dass bei mir zum Beispiel wir sehr, sehr gut reden können, also sehr, sehr gut kommunizieren können, ohne irgendwelche Hemmungen zu haben. Aber die Frauen haben auch oft Hemmungen zu kommunizieren, wenn sie das Gefühl haben, dass der Mann das sofort als persönlichen Angriff sieht. Und manchmal gibt es auch Frauen und auch Männer, die es nicht so drauf haben zu kommunizieren, dass es wirklich wie so ein Angriff rüberkommt. Es gibt immer, man muss sich vorstellen, wenn wir zwei Personen sind, wir haben immer verschiedene Meinungen. Es gibt immer verschiedene Meinungen, verschiedene Vorlieben. Es ist ja kein Mensch 100% wie der andere. Vielleicht unter, selbst bei eineigigen Zwillingen gibt es gewisse Unterschiede. Ja gut, Donnerstag, jetzt werden die meisten schon gegessen haben mit dem freiwilligen Fasten. Ja, Armin, Armin, da sagst du was, da sagst du was. Man muss immer viel Dua wirklich machen. Aber die Kommunikation, das ist eine wichtige Sache und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel. Und manche, die fressen wirklich ein Problem in sich rein, die fressen das in sich rein, bis es zu spät ist. Keine Ahnung, wo der sich befindet. Was soll man machen, wenn man versucht, was zu klären, aber der Partner immer lügt. Ja, guck mal Schwester, da sagst du gerade was. Es ist eine Katastrophe. Guck mal, ich, bei mir, als ich geheiratet habe, okay, ich gebe das als persönliches Beispiel, das ist auch etwas interessanter eigentlich, dann auch vielleicht für euch. Für mich gab es bestimmte Ansprüche, die ich an die Religion hatte, okay. Ich hatte nicht viele Ansprüche gehabt. Ja, das war auf jeden Fall Bedeckung, Gebet, Liebe für die Religion. Bei mir war nicht, ja, die musst du den Siwak fünfmal am Tag benutzen. Weil manche, die haben, ich hatte letztens, wurde mir eine Frage gestellt von einer jungen Schwester. Ja, da gibt es einen Bruder, der will heiraten, aber der hat nicht mehr Wissen als sie. Und sie wollte eigentlich jemanden haben, der mehr Wissen hat als sie. Ich habe gesagt, du machst dir selber Bedingungen, die du gar nicht brauchst für die Ehe. Wo steht das? Der Mann muss mehr Wissen haben als die Frau. Wo steht das? Oder der Mann muss so und so eine Stufe von Wissen haben. Guck mal, Wissen bedeutet nicht unbedingt immer, dass man charakterlich mit einer Person klarkommt. Es gibt doch Leute, die Wissen haben, die total arrogant sind, mit denen man gar nicht reden kann. Ja, es wird heute, wird Wissen oft so als Zaubertrank verkauft. Auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Das war für mich wichtig. Aussehen, da mussten bestimmte Sachen für mich stimmen. Ja, wo ich wirklich drauf geachtet habe, so Sachen, die bei mir No-Gos sind. Und bei mir war die Ehrlichkeit das A und O. Ehrlichkeit war das A und O. Ich habe meine Frau gesehen. Es hat mir äußerlich sehr gut gefallen. Auch so vom ersten Eindruck, vom ersten Reden her, es war super gewesen. Ich habe gedacht, lacht ihr immer so viel? Oder bin ich so witzig? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber was für mich sehr wichtig war, war Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist das A und O. Der Prophet, a.s.w. sagt, inna sidqa yahti ilal birr, wa inna il birr yahti ilal jannah. Wahrlich, die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit führt zur Güte. Und wahrlich, die Güte führt zum Paradies. Und als ich gemerkt habe, dass das keine Schauspielerin ist, dass sie ehrlich ist, das war für mich dann die hundertprozentige Entscheidung gewesen. Alhamdulillah, mach Dua für uns. Ich gebe das nur als Beispiel. Das ist etwas, wo man unbedingt drauf achten muss. Es gibt Leute, die sind zum Lügen konditioniert. Warum sind die so konditioniert? Weil die so erzogen worden sind. Immer wenn sie die Wahrheit gesagt haben, haben sie auf die Fresse bekommen. Das heißt, die geben einen Fehler zu, kriegen Schläge. Die werden nicht begnadigt. Und wenn sie lügen, werden sie begnadigt. Dadurch entwickelt sich im Unterbewusstsein, wenn ich lüge, komme ich weiter. Sehr, sehr gefährlich. Es ist wirklich eine Katastrophe. Deswegen unsere Aufgabe ist, die Kinder zur Ehrlichkeit zu erziehen. Damit die nicht solche Opfer werden. Es ist schlimm. Es ist grauenhaft. Eine Ehe ist kaputt, wenn das Vertrauen kaputt ist und wenn der Respekt verloren gegangen ist. Wenn Respekt und Vertrauen verloren sind, ist die Ehe am Ende. Kannst du einpacken. Das ist meine Theorie. Das ist keine Aussage des Propheten. Aber das ist meistens der Fall. Deswegen, man muss die Kinder zu Ehrlichkeit erziehen. Indem man ihnen auch zeigt, dass Ehrlichkeit einen weiterbringt. Wenn das Kind zu einem kommt und sagt, ich habe das und das gemacht, dann muss man da auf eine angemessene Art reagieren. Okay, du hast das gemacht. Mach das nicht nochmal. Das ist schlecht, was du gemacht hast. Aber wenn man merkt, er hat gelogen, dann muss er merken, dass das viel schlimmer ist zu lügen. Viel schlimmer ist zu lügen. Dass man sagt, stell dir mal vor, ich würde dich anlügen und du weißt noch nicht mal mehr, ob ich dir die Wahrheit sage. Ich bin dein Vater. Stell dir das mal vor. Du hast hier gelogen. Stell dir mal vor, ich lüge dich an. Wir sind eine Familie. Wir müssen gegenseitig anders glauben. Stell dir mal vor, ich würde dir etwas erzählen, du sagst es zu deinem Sohn, zu seiner Tochter und du weißt gar nicht, ob das stimmt. Wie schlimm das ist. Wenn man ihnen klar macht, wie schlimm es ist zu lügen, weil so eine Person wird dann so konditioniert. Aber wenn eine Person anders aufwächst, sie ist zum Lügen konditioniert. Sie ist zum Lügen konditioniert. Sie hat das im Kopf. Lügen. Sobald Druck kommt, weil er immer so damit zurechtgekommen ist, fängt er an zu lügen. Selbst wenn es gar keinen Grund gibt zum Lügen. Glaubt es mir. Ich habe es bei Freunden von mir sogar live miterlebt. Leute, die die Lüge hassen. Aber in dem Moment, wo Druck kommt, erzählt er sofort irgendeine Geschichte. Weil das zu seiner Natur geworden ist. Guck mal. Chuluk. Benehmen. Welche Wortwurzel hat das? Chalem Qaf. Im Arabischen. Das ist dieselbe Wortwurzel. Chuluk. Also das Benehmen. Auch mehrzahl davon. Achlaq. Das sind eigentlich Benehmen. Also mehrere Benehmen sein. ist von der Wortwurzel Chalem Qaf. Davon kommt auch Chalik, der Schöpfer. Davon kommt Chalik, die Schöpfung. Chalik, die Schöpfung und Chuluk, das Benehmen, sind miteinander verwandt. Warum? Weil Chuluk ist das innere Bild des Menschen und Chalik, Schöpfung, ist das äußere Bild des Menschen. Das äußere Bild des Menschen ist zu einer gewissen Seite, zu einer gewissen Maß angeboten, und zu einem gewissen Maß anerzogen. Das heißt, je nachdem, wie du dich ernährst, je nachdem, wie du trainierst, je nachdem, was du körperlich machst, entwickelt sich dein Körper, aber du kannst es nicht 100% steuern. Du kannst es aber steuern. Keiner muss ein Lüger sein. Es kann aber sein, dass du eine Veranlagung dazu hast. Okay? Keiner muss arrogant sein. Es kann sein, du hast eine Veranlagung dazu. So. Das heißt, es ist teils anerzogen, teils angeboren. Aber die Erziehung ist das A und O. Ansonsten wären wir ja von vornherein verloren. Deswegen, das wollte ich hier mit auf den Weg geben, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtig. Guck mal, Handler, wir haben angefangen, einfach mal spontan, ich habe jetzt einen Bock mit euch zu reden, da kommen wir auf so schöne Themen. Guck mal, du sagst gerade, es gibt auch Partner, die ihre Fehler nicht einsehen, geben alles den anderen die Schuld. Guck mal, ich sage immer, Ungerechtigkeit, das was du gerade sagst, ist ein anderer Bereich, das ist Ungerechtigkeit. Jemand ist ungerecht. Der ist selber schuld, aber der ist ungerecht, der gibt dem anderen die Schuld. Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit, das sind zwei Partner, die sich meistens nicht voneinander trennen, denn der Ungerechte belügt sich meistens zuerst selber. So ist das. Der Ungerechte, der ungerecht ist, ist meistens auch unehrlich zu sich selber. Er belügt sich selber. Und deswegen ist es ganz super, wenn man jemanden findet, wenn man beibringt, Fehler zugeben zu können. Boah, Leute, das brauchen wir. Guck mal, was der Prophet, a.s. uns beigebracht hat. Einmal bei der Schlacht von Bedar hat er die Muslime in den Reihen gerade gelegt, aufgestellt. Und da kam er mit einem Pfeil und da hat er einem Sahabi weh getan. Da hat der Prophet seinen Bauch freigemacht und hat gesagt, revanchiere dich bei mir. Was hat er damit beigebracht? Er hat damit beigebracht, es geht nicht um Hierarchie. Es geht in erster Linie um Gerechtigkeit. Ich habe dir weh getan, egal wie ich bin, ob ich dein Vater bin, deine Mutter bin, dein Vorgesetzter bin, dein Chef bin, ich bin dein Prophet. Aber trotzdem muss Gerechtigkeit walten. Und der Sahabi, der hatte jetzt das Recht, ihm mit dem Pfeil auch weh zu tun und da hat er seinen Bauch geküsst. ich bin dein Vater-Pfeil auch weh zu tun. es ist das Recht. Vielen Dank.